Hallo ihr Lieben, ich bin's, René aus Gerdas kleiner Weltbühne. Wir stehen kurz vor den Rosa Wölkchen und es ist ein Fest. Ihr solltet alle hier sein und diejenigen, die nicht hier sein können, denen erzähle ich ganz kurz, um was es bei den Rosa Wölkchen geht. Wir sind eine originelle, homosexuelle und sehr, 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 sehr amüsante, naja, Karnevalssitzung kann man nicht sagen, Karnevalsrevue vielleicht, ohne Elferrat. Und wir versuchen unserem Publikum das Beste zu bieten, was es gibt. Wir haben natürlich verschiedene Acts im Petto und ja, mich werdet ihr auch noch sehen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Ich werde es auch haben, ich bin schon wirklich richtig, richtig gespannt und nervös. Ich bin aufgeregt, aber ich versuche, mein Bestes zu geben für euch natürlich. Und ich hoffe, euch gefällt, was ihr seht. Bis dann! Jetzt war die Leute dran und ich weiß genau, wie es jetzt direkt auf geht's. Ich bin immer wieder, wie es wieder stört, immer wieder. Ich werde es schon gehen, wenn das Leben lebe, wie ein Tranz auf dem Uran. Ich bin immer wieder, neue Sterne seht, immer wieder. Hallo, hier ist Felix Möse von Hitradio FFH. Ich bin heute das allererste Mal hier bei den Rosa Wölkchen gewesen. Und ich frage mich, wo ich die letzten Jahre war. Das ist ja absolute Wahnsinn, die Stimmung hier. Wenn ihr noch nie hier wart, eintragen, herkommen, Termin machen, nächstes Jahr spätestens feiern. Ich werde wieder hier sein.